Seit 1970 gehört Marita Lemke zum Deutschen Roten Kreuz. Für ihr umfangreiches Engagement wurde die Bützorin jetzt die Dankmedaille von der Präsidentin des DRK in Deutschland, Gerda Hasselfeld, persönlich überreicht. Die Ehrung erfolgte anlässlich des Weltrotkreuz-Tages am 8. Mai. Gerda Hasselfeld bezeichnete Marita Lemke als große Stütze, die sich für die Jugendarbeit im Gesamtverband engagiert. Sie habe ihre Fähigkeiten eingebracht und somit die Region bereichert. Auch Dieter Heidenreich als Präsident des Kreisverbandes Güstrow freut sich über die Ehrung von Marita Lemke, die ein wichtiges Signal für die Ehrenamtler sei. Die Vizepräsidentin des Güstrower Kreisverbandes habe sich über Jahre sehr stark für das Rote Kreuz eingesetzt und sei auch ihm im Präsidium eine wertvolle Hilfe, so Dieter Heidenreich. Marita Lemke hatte sich nach ihrem Pädagogikstudium in der Kreisorganisation Bützow zum Ausbilder für Erste Hilfe qualifiziert. Diese Arbeit mit Jugendlichen lag ihr und sie konnte diese gut in der Schule für Schüler und Lehrer nutzen. So manche aus den Gruppen habe sie später als Notfallsanitäter, Krankenpflegerinnen oder Mediziner erlebt. Marita Lemke gehört zu den drei Mitgliedern aus dem gesamten Bundesgebiet des DRK, die für diese Auszeichnung anlässlich des Jubiläums 100 Jahre DRK ausgewählt wurden. Die Vizepräsidentin des U.S.